Drei Zöllner stehen an der Grenze wo sonst und schauen und fahrt plötzlich ein Auto vorbei mit Ski am Dach, sagt der eine Zöllner zum anderen, sagt er, schau, da sind die täperten deutschen Touristen, ha, fahrt im Sommer mit Ski am Dachl, sagt der andere, das sind Wasserski, die fahren wahrscheinlich am Wörthersee, sagt er, das ist, was das für Trotteln sind, das ist ja nicht einmal steu.